Wir sind ganz weit oben. Im Satellitenbild von Google Earth sehen wir den Standort des geplanten Naturerlebnis- und Beobachtungsturms im Wurzacharit und, gelb beschriftet, die Gebiete im Wurzacharit, die man vom Turm aus sehen könnte. Der Turm ist heftig umstritten. Aber was würde man eigentlich sehen, wenn man auf den geplanten Turm steigt. Wir sind bei 25 Metern. Bei 30 Metern. Bei 35 Metern. Wir sind ganz oben. Bei 40 Metern. Die gerade gezeigten Aufnahmen sind mit einem Weitwinkelobjektiv gemacht. Mit dem Auge, aber ohne Fernglas, sieht es so aus. Wie wir gleich sehen werden, sieht man vom Turm aus eine Vielzahl von unterschiedlichen Moortypen. Das wäre an keinem anderen Standort der Fall. Man kann die Wiedervernässungsmaßnahmen gut an den entstandenen Wasserflächen sehen. Ein Paradies für viele seltene Tiere und Pflanzen. Vögel könnten vom Turm aus ungestört beobachtet werden. Ohne Turm sind Beobachtungen in diesem Gebiet nahezu unmöglich. Und es wären von dort aus wissenschaftliche Beobachtungen möglich, beispielsweise zur Ausbreitung der Torfmoose auf den Wasserflächen. Auch für Tier- und Landschaftsfotografen dürfte der Turm ein begehrtes Ziel werden. Wiedervernässtes Gebiet in unmittelbarer Nähe des Torfwerks Heidgau. Durch den Torfabbau war es vorher so trocken, dass ein Wald entstand. Abgefräste Torffläche zur Gewinnung von Frästorf. Obwohl diese Fläche vor Jahrzehnten entstand, war sie bis vor wenigen Jahren kahl und nahezu ohne Bewuchs. Auch hier war es noch bis vor wenigen Jahren total trocken. Zuletzt wurde hier Badetorf abgebaut. Der Torfstich wurde wiedervernässt. Das gilt auch für die nachfolgenden Flächen. Hier beginnt das Gebiet der größten intakten Hochmoorfläche Mitteleuropas. Die gezeigten Gebiete sind für die Besucher des Riedes nicht zugänglich. Nur ganz wenige Experten dürfen die Gebiete betreten. Nur selten gibt es eine Führung für Interessierte, aber die führt nur an den Rand der letzten Wiedervernässungsmaßnahme. Mit dem Bau des Turms empfiehlen viele dieser Begehungen. Der Naturschutz hat in den letzten Jahren durch die Wiedervernässungen ein Natur- und Vogelparadies geschaffen. Und aus Naturschutzsicht wäre der Turm ein Gewinn. Das Naturschutzzentrum Wurzacharit sieht den Turm als eine gute Möglichkeit, das Hochmoor und andere Moor-Typen im Rahmen seines Auftrags zur Umweltbildung sichtbar zu machen. Das Turmprojekt ist als Idee aus den Reihen des Naturschutzes selbst entstanden. Die folgenden Aufnahmen sind mit einem Weitwinkelobjektiv aufgenommen. So können wir auch den Nahbereich beim Torfwerk sehen. Der Rietsee Niedermoor-Gebiet entlang der Heidgauer Aach. Es wird als Streuwiese genutzt und ist sehr artenreich. Auf ihr wachsen seltene Pflanzen und man findet eine sehr große Zahl von verschiedenen Insekten. Auf dem Gelände des Heidgauer Torfwerks. Bagger, Schienen und Lohren. Und Fundamente von abgerissenen Gebäuden. Momentan wird das Gelände und die Spuren des Torfabbaus überwuchert. Es gehört zum Konzept des Turmprojekts, das das Industriedenkmal Heidgauer Torfwerk mit einbezogen wird. So ist direkt beim Turm ein Torfstich geplant mit Bagger und Lohren. Und die Fundamente werden vor den zerstörenden Überwucherungen geschützt. Die artenreiche Streuwiese setzt sich jenseits des Weges zum Torfwerk fort. Der lang gestreckte Stuttgarter See mit Schilfgebieten. Vor und hinter dem Stuttgarter See – Heide. Zur Blütezeit und von oben ein optischer Genuss. Man sieht dann eine kräftig violette Fläche. Weil dieser Blick von oben so fantastisch ist, ist an dieser Stelle ein Bild eingefügt, das vor vielen Jahren zu der Zeit aufgenommen wurde, als die Heide blühte. Der Aufnahmeort war ganz in der Nähe des Turmstandortes Heidgauer Torfwerk. Am Horizont der Rand des Wurzacher Beckens, der ringförmig das ganze Becken umschließt. Die Heidgauer Aach. Sie schlängelt sich durch das Niedermoorgebiet. Das war ein 360-Grad-Blick vom geplanten Turm im Ried. Im zweiten Teil weitgehend mit einem Weitwinkelobjektiv aufgenommen. Der Blick mit Fernglas oder Münzfernrohr muss unbeschreiblich sein. Weit und breit gibt es kein vergleichbares Gebiet. Es wäre jammerschade, wenn dieses Juwel der Natur nicht auf eine schonende Weise der Bevölkerung gezeigt würde. Denn nur, was man kennt, kann man auch schätzen.